haben wir sogar gefunden das gut aber ein so ein Teil fehlt mir noch so ein Insigne da gehen wir mal hin machen wir das mal fertig hier so und tschüss auch erledigt ja 3 von 4 Insigne 90% haben wir nur abgeschlossen hier ja weil ich noch nicht weiss wo diese Insigne ist ich seh die auch nicht das hat wieder einiges gebracht also diese Station zu zerstören 5 Punkte jetzt schon das ist ja nicht normal aber wo war die wo haben wir die übersehen das verstehe ich manchmal nicht muss man echt suchen aber sei's drum hier haben wir die Leiter ah gehen wir mal runter naja da sind schon unsere Leute die was hier fleißig am arbeiten sind ich frage mich echt nur wo ich die übersehen habe aber ist ja jetzt egal dann schauen wir mal weiter noch interessantes gibt's wo das die vielleicht außen irgendwo ich weiß es nicht oder hier vielleicht sogar drin ah da wäre dieses versteckt gewesen da ich mich reinschleichen hätte können naja wir haben es auf jeden Fall trotzdem geschafft das ist das wichtigste an der ganzen Sache kann ich hier die Dinger kann den Tom auch noch kaputt machen das ist das wichtigste an der ganzen Sache der was verloren der schrott oder irgendwas haben wir auch erledigt dann gucken wir gleich auf die karte wo haben wir denn das nächste hier ist das nächste machen wir das auch gleich platt aber wir haben hier wieder was für max oh ja neue ausrüstung natürlich wollen wir die haben na endlich ist was passiert hier was haben wir hier neue arm schienen dann nehmen wir natürlich auch das wird's mal ein bisschen vorankommen was haben wir hier ich kann mir einen richtigen Bart wachsen lassen ja so sieht er ein bisschen gefährlich aus was neue Schrottflinte natürlich nehmen wir die auch mit vielleicht können wir auch da mehr Munition speichern ach so da gibt es jetzt ganz viele neue Sachen was das denn verursacht enormen Schaden und betäubt Feinde mit diesem mächtigen Konter wisst ihr was die nehmen wir auch noch dazu wir sind ja doch oft im Nahkampf und der Rest jetzt wird echt mal Auto gepimpt weil sonst haben wir echt nochmal Probleme wilder Teufel 2 habe ich doch schon oder ich weiß auch nicht naja auf jeden Fall da haben jetzt einiges geschafft hier ist auch schon einiges 300 Zoll uns der Spaß kosten jetzt haben wir viel Geld ausgegeben das ist eh gut gleich zum nächsten hier kommt ein bisschen Schrott dazu bekommen deswegen mache ich jetzt paar Lager dass wir so konstant Geld bekommen da ist wieder der Konvoi den traue ich mir noch nicht aber wir machen wenn wir ein bisschen stärker sind verfügbar ist alle 60 Euro die Geräte jetzt geht es hier geht es hier los das war die Ersatz der ist so was haben wir nochmal die 1 Schauen wir mal, ob ich von hier was ausrichte. Okay, von hier ist hier jetzt nichts interessantes. Schade, von hier kann ich nichts spannendes ausrichten mit einem Scharfschützengewehr. Ist das so? Spangen wir uns die Munition. Schauen wir mal, was wir hier interessantes machen können. So kann man auch wieder einfach so durchfahren. Die lassen uns einfach reinfahren, oder was? Okay, wo ist er? Oh, warum habe ich ihn jetzt nicht getroffen? So, den haben ausgeschalten. Jetzt sind sie ein bisschen geschockt. Oh, guck mal. Das ist der Knochenbrecher. Ah ja. Der ist gut, der ist gut. Der, den halten wir. Na, als bitte im Blutmodus. Jawoll. So muss das gehen. Ja, genau, so wollen wir das. Also jetzt haben wir schon wieder ein Level dazu bekommen. Also jetzt läuft's, ne? Eine Schrottmunition. Sehr gut. Sechs Schrott. Sehr gut. So. Mal machen wir hier mal. Schauen wir mal, was wir hier alles Schönes haben. Ich glaube, ich bin jetzt schon ein bisschen gefährlicher geworden, meine Freunde. Okay, hier geht's weiter. Dann schauen wir uns das nochmal hier alles noch interessanter an. Vielleicht ist hier noch irgendwas. Nicht, dass wir was übersehen. Benzin, 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 Tonnenweißer Benzin, aber sonst nichts Interessantes. Okay, dann gehen wir gleich weiter. Ja, gefällt mir schon besser. Bin schon auf jeden Fall ein bisschen stärker geworden. Neue Ausrüstung ist auch gut. Wo geht's denn lang? Okay, hier ist schon das Nix. Dann schauen wir hier noch rein. Oder geht's... Ah ja, hier ist wieder Schrott. Auch gut. Wir haben viel ausgegeben. Eins von acht. Ja, das lohnt sich diesmal. Dass wir ein bisschen das Auto auch jetzt nochmal pimpen können. Zumal da auch ein bisschen stärker werden. So. Nehmen wir auch wieder Schrott. Nehmen wir natürlich auch wieder tankend an. Sonst haben wir hier nichts. Dann geht's weiter. Hier komme ich auch nicht weiter. Hier ist auch nichts. Und tschüss. So. Haben wir auch erledigt. Ne, stecken wir uns wieder ein Messer ein. Na, machen wir die Tür hier auch gleich mal wieder auf. Zwei Schrottkugeln. Oh ja, da ist wieder so ein Teil. Eins von drei. Ah. Ja, leben halt noch keins verloren. Brauche ich gar kein Essen im Moment. So, hier geht's ja hoch. Ein Sieg mir haben wir hier auch wieder. Da ist er. Machen wir es gleich kaputt. Eine von vier. Sehr gut. Oh, hier haben wir eine Waffe. Die nehmen wir natürlich auch mit. Und Schrott auch. Nehmen wir natürlich auch mit. Ja. Oh, da ist wieder was. Alles immer schön anschauen. Text. Oh, wir verkaufen kein Essen. Wir erlauben keinen Zutritt. Nur militärlaut. Jo, alles klar. Wissen wir auch Bescheid. Haben wir auch gefunden. Und dann schauen wir hier mal weiter. Der Wikinger hier hoch. So. Ach, guten Tag. Ach, ich habe eine schöne Waffe für euch. Oh, 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 oh. Hau ab, Ratte. Den müssen wir jetzt schnell fertig machen, hier. Oh, den haben wir auch erwischt. Oh, der ist auch mit Geschichte. So, Wuttötung wieder gemacht. Ja, das Messer sind wir zwar jetzt los, aber... Meine Güte. Das ist jetzt nicht so schlimm. Dann machen wir die Tür auch gleich wieder auf. So, dass die gezahle war. Noch einen Schluck trinken. So, dass wir wieder voll sind. Falls man noch so eine Überraschung erwartet. Das ist auf jeden Fall schon ein stärkeres Lager. Okay, wir schauen hier zuerst noch hoch. Hier liegt sicher wieder Schrott oder irgendwas herum. Da ist auf jeden Fall ein Insignia wieder. Und natürlich Schrott. Das ist gut. 4 von 8 schon. Sehr gut. Ein Sieg. Oh, wie hoch ist das denn hier? Wir haben noch was Interessantes. Nein. Wo geht's denn hier runter? Ich glaube, von da bin ich gekommen. Oder da bin ich schon durchgegangen. Schauen wir mal. Nur so ein bisschen von oben rein. Ja, das haben wir alles geregelt. Da waren wir auch. Na dann. Na, da muss ich wieder so ein Trommler. Oder weiß ein Trommler? Aber ein paar verpassten Typen hier. Na, machen wir den mal Belatt hier. Na, diesmal nicht. Na, gehen Wurfmodus, mein Freund. Jawohl, jetzt haben wir es wieder. Ja, ja, ist egal in dem Fall. Ja, uh. Mach ein Blatt hier jetzt. Au, 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 au. Na, wir sind zu stark für euch. Kleine Ratten. Oh, haben wir schon geschafft. Ja, haben wir ja. Sehr gut. Sieben Schrott. Muss er gar nicht nachladen. Also, ne, er hat zwei in der Kammer. Sehe ich gerade. So, kommen wir hier irgendwie hoch. Ja, okay, von der anderen Seite anscheinend. Jetzt mal hier rein. Ah, die Tür ist auch wieder offen. Gibt es hier noch etwas Interessantes? Natürlich. Natürlich wäre wunderschön ein...